Ach, du rennst wieder da oben rum. Ja, schön. Komm runter. Nüsschen. Ja, du bist immer noch für Ergott, ne? Du bist doch so ein scheißer Hörnchen, oder? Ja klar. Ich weiß, du scheißt ja mehr in die Hose. Aber heute Morgen bist du nicht so gut drauf. Ja, dann lass es schmecken. Oh, was denn jetzt? Jetzt ist doch irgendwas gewesen. Ja, wir werden das noch rausfinden.